Heute ist der 12. Januar 2018. Um 18 Uhr war sozusagen Annahmeschluss der Spielschein. Und ich hoffe, alle diejenigen, die mitgespielt haben, haben ihren Spielschein parat. Oben steht ganz klein aufgedruckt die Gewinner-ID, die es auch nur einmal geben wird. Im Tombola-Verfahren wird sie sozusagen ausgelost. Und die Los-ID für heute lautet 87068. Ich wiederhole nochmal zum Kontrollieren. 87068. Und das Tolle ist ja, bei der Teilnahme, wenn man daran teilnimmt, gewinnt nicht nur eine Person, sondern auch ein ganzer Landkreis. In diesem Fall ist das der Landkreis Groß-Gerau. So, und jetzt bleibt nur noch die Gewinnausschüttung. Wer 10.000 Euro oder auch mehr gewonnen hat. Und heute werden ausgespielt einmal 10.592 Euro, einmal 2.500 Euro, 5 mal 500 Euro, 58 mal 50 Euro, 269 mal die 10 Euro und 1059 mal 5 Euro. Damit ist sozusagen der Spieleinsatz wieder reingespielt, wenn man mit 5 Euro mitgespielt hat. Und ein Zusatzgewinn wird auch noch ermittelt sozusagen. Und der geht heute in diesem Fall an den Wetteraukreis oder in die Wetterau. Und zwar wird dort umgesetzt ein Wetterauer Ackerstreifen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und wenn Sie mögen, spielen Sie einfach mal mit. Vielleicht haben Sie ja Glück.